Freunde, es ist endlich soweit. Seit Monaten schwärme ich euch vor, wie geil der Doppelapfel von Aino Strong ist. Und es ist jetzt nicht nur der Doppelapfel da, sondern auch noch vier weitere Geschmacksrichtungen. Wir haben den K-Peak von Aino Strong, das ist ein Kaschmir- und Pfirsichtabak. Dann haben wir den Strong Black, also die gewohnte geile Brombeere von Aino, auf einem starken Dark Blend. Den Grapefruit in der Strong Variante, also eine geile Grapefruit. Den Oha, also eine Guave. Und mein persönliches, absolutes Highlight, den Don App, also einen Doppelapfel, auf einem starken Dark Blend. Wir kennen ja tatsächlich schon den Oha, den Grapefruit und auch den Black von Aino. Und dann sind eben noch diese zwei neuen Sorten dazu gekommen, der Doppelapfel und der K-Peak, also Don App und K-Peak. So, Don App, wie gesagt, ein Doppelapfel. Übertrieben geil für alle Leute, die eigentlich am liebsten sehr, sehr starken, oder zumindest sehr starken Dark Blend rauchen, aber auch sehr, sehr gerne einen Doppelapfel rauchen. So, ihr habt es ja bei mir gesehen, ich habe zwar sehr, sehr gerne Doppelapfel geraucht, aber habe dann immer Virginia geraucht, obwohl ich eigentlich persönlich lieber Dark Blend rauche. Und das Problem ist jetzt zum Glück Geschichte. So, ich weiß, das ist ein sehr, sehr nischiges Problem, aber ich glaube, es gibt mit Sicherheit ein paar Leuten da draußen noch genauso, dass sie sich sehr freuen werden, dass es jetzt einen guten Doppelapfel auf einem Dark Blend gibt. Und dann eben noch der K-Peak, also ein Kaschmir-Peach-Tabak. Der ist allerdings ein bisschen eigen. Bei dem Kaschmir-Peach kommen natürlich direkt alle Leute, die regelmäßig Tangiers rauchen und von da den Kaschmir-Peach kennen raus. Und dann ist natürlich direkt die Frage, wie ist der im Vergleich mit dem Tangiers? Und die Antwort ist komplett anders. Du kannst die zwei kaum vergleichen. Also erstmal ist die Kaschmir-Note, die hier in dem Aino drin ist, mehr so eine Mischung aus dem, was man traditionell als Kaschmir betiteln würde, aber auch noch mit Pan zusammen. Für alle, denen das überhaupt nichts sagt, Kaschmir ist so eine indische Gewürzmischung. Also es ist sehr, sehr intensiv, sehr würzig, sehr ausgefallen. Man kann sagen, es schmeckt so ein kleines bisschen nach Räucherstäbchen. Ich finde, das ist immer ein bisschen fies oder das klingt immer fieser, als es ist. Aber es kommt irgendwo schon ganz gut hin. Aber eben nicht in so komisch unangenehm, wie man sich das erstmal vorstellen würde, sondern aber schon in sehr, sehr geil. Und die Peach-Note, muss ich ehrlich sagen, die gibt hier so eine leichte Süße hinten dran. Aber ich glaube, die wenigsten Leute würden an diesem Tabak ziehen und würden sagen, ach, Peach, geil, so ein Ding ist das. Also der auf jeden Fall schon mal todes ausgefeinene Doppelapfel ist auch sehr, sehr geil für einen Doppelapfel. Und die anderen sind gewohnt geil, wie man das von denen kennt. Dann fehlt natürlich noch die wichtige Info, was kostet das Gerät? Wir sind bei 32,90 Euro für die 200 Gramm. Und bevor wir jetzt hier die ganze Zeit über den Tabak reden, aber den noch gar nicht rauchen, machen wir uns lieber erstmal ein Köpfchen. Das Ganze sind natürlich auch wieder wunderschöne 200 Gramm Dosen. Und dann zeige ich euch jetzt als erstes Mal, wie der Tabak aussieht und wie so die Tabakbeschaffenheit ist. Also Schnitt, Feuchtigkeit und weitere Eigenschaften. Dafür rühre ich aber erst nochmal gründlichst um. Und was mir direkt aufgefallen ist beim Aufmachen, ich finde, die Dosen sind sehr, sehr voll. Also wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, wie hoch die sind, das ist sehr, sehr gut. Ihr müsst ja immer bedenken, je feuchter Tabak ist, umso mehr Molasse ist hier drin und umso weniger Tabak an sich ist drin. Und das heißt, wir wollen zwar natürlich, dass unser Tabak möglichst feucht ist und möglichst 100% von der Molasse aufgenommen hat, die er aufnehmen kann. Wir wollen aber auch nicht, dass es mehr ist. Und wenn es viel zu viel ist, dann hätten wir quasi hier unten am Dosenboden so einen Molasse-See. Und wenn ihr das habt, dann zahlt ihr praktisch zu viel Geld für überschüssige Molasse. Wenn ihr jetzt so eine Dose aufmacht und ihr seht, okay, der Tabak ist angenehm feucht. Und wenn er dann auch noch gut läuft und er trotzdem schön voll ist, dann wisst ihr, dass die Hersteller dieses Mischverhältnis von Rohtabak zu Glycerin und Co. sehr gut getroffen haben. Und das ist meiner Meinung nach auch hier bei dem Eino Black der Fall, beziehungsweise bei dem Eino Strong allgemein der Fall. Also es ist jetzt nicht exklusiv der Black, das ist auch bei den anderen so. Manchmal haben wir so eine leichte Klümpchenbildung. Aber die gute Nachricht ist, in dem Moment, wo wir das Ganze einmal umrühren, seht ihr ja hier, sieht das Ganze dann wundervoll aus. Also da ist das Ganze kein Problem. Ich habe den auch schon im Funnel und im Meerloch geraucht. Es funktioniert beides sehr, sehr gut. Ich würde ihn jetzt einmal im Funnel rauchen und das nächste Köpfchen rauchen wir dann im Meerloch, damit wir auch beides einmal gemacht haben. Dann machen wir das Ganze einmal im Wandenberg. Und dann fangen wir ganz normal an und machen hier mal Gabel für Gabel an Tabak rein, wie wir das eben immer machen. Von dem Black nehme ich natürlich auch mehr als von dem Kaschmir. Der Kaschmir ist sehr, sehr, sehr intensiv. Also der K-Peak ist sehr, sehr intensiv. Und deswegen will ich jetzt nicht zu viel von dem nehmen in der Mischung. Also es wäre zum Beispiel für mich der K-Peak auch definitiv kein Tabak, den ich pur rauchen würde. Gibt mit Sicherheit Leute, die finden das total geil. Dommi. Aber für mich ist das nichts, mir ist das dann zu intensiv. Aber zu mischen ist der K-Peak halt legendär. Ja, weil der gibt dir so eine Note an Würzigkeit mit rein, die du sonst eigentlich nicht hinbekommst. Es ist für die meisten Leute was super, super Eigenes, was Besonderes, wenn der auf einmal drin ist. Für jeden, der jetzt zum Beispiel schon mal einen Kaschmir geraucht hat von Tengius oder einen Pan geraucht hat von Afsal oder so. Die wissen schon relativ gut, worauf sie sich einlassen. Aber für viele Leute wird das wahrscheinlich das erste Mal sein, dass sie mit sowas in Kontakt kommen. Und dann ist das halt schon was sehr, sehr Wildes, ne? So, wir haben 16 Gramm im Wandenberg. Also da sieht man praktisch auch nochmal Tabakbeschaffenheit, beziehungsweise das Verhältnis zwischen Molasse und Rottabak. Das ist da super getroffen. Und dann verteilen wir das Ganze mal noch ein bisschen. Er ist trotzdem sehr verzeihend beim Kopfbau, ne? Also du hast jetzt nicht irgendwie, dass er so zickig ist wie ein Tengius, dass du dir da super viele Sorgen machen musst, wie du dir den Kopf baust oder so. Du kannst den schon einfach ganz normal bauen und der läuft gut, aber er ist natürlich ein bisschen stärker. Sowohl in der Lunge, was Drücken angeht. Nicht dieses unangenehme Drücken, was man nicht haben will, sondern dieses normale, ich rauche einen starken Tabak und ich merke das. Unterhalt auch vom Nikotin. Wir haben 15,7 Gramm, Digga. Kannst du nichts sagen. Ungefähr randhoch gebaut, vielleicht ganz knapp drüber. Und so können wir jetzt reingehen. Freunde, ich habe eben den ersten Zug genommen. Und ich nehme jetzt den zweiten Zug. Es ist genau das richtige Level an Throat Kick. Du ziehst und du spürst ihn im Hals. Du spürst ihn in der Lunge. Aber genau so, wie das sein muss bei einem starken Dark Blend. Also du willst ja auch keinen starken Dark Blend rauchen und nichts davon merken. Also weder von Nikotin, noch Throat Kick, noch sonst was. Wir wollen ja, dass da ein bisschen was passiert. Deswegen wollten wir ja auch einen Aino Strong. Wenn ihr das nicht wollt, dann nehmt den normalen Aino Dark Blend oder sogar den Virginia und dann seid ihr da bestens beraten. Aber für alle Leute, die es eben stark wollen, die ein bisschen Throat Kick haben wollen, die den Tabak spüren wollen, da ist es halt der Aino Strong. Und das macht der gut. Der ist stark vom Nikotin. Ich würde den so bei einer 8, 8,5 von 10 einordnen. Du spürst ihn ein bisschen im Hals. Du spürst ihn ein bisschen in der Lunge. Aber nicht so, dass du den nicht rauchen könntest. Es ist einfach genau das richtige Maß an. Du spürst, du rauchst was Starkes. Aber du kannst ihn halt auch easy peasy noch rauchen. Und geschmacklich ist das übrigens gerade bei dem Köpfchen so ein Fifty-Fifty-Ding geschmeckt mäßig. Also ich schmecke gefühlt 50% den K-Peak, also den Kashmir Peach und 50% den Black. Obwohl ich viel, viel mehr von dem Black reingemacht habe, weil der K-Peak einfach so geisteskrank intensiv ist. Und laufen tut er auch wunderbar. Genau das richtige Maß an Drücken im Hals. Aber lässt sich immer noch super angenehm rauchen. Und als nächstes bauen wir uns noch meine absolute Lieblingsmischung. Also ich habe übrigens schon mehrere Mischungen probiert. Ich habe schon den Black zusammen mit dem Grapefruit und einen Hauch Kashmir Peach, also K-Peak gebaut. Und ich habe schon probiert den Black zusammen mit OH und einem Schuss K-Peak. War auch sehr, sehr geil. Ich würde aber sagen, die Mischung mit Grapefruit fand ich noch geiler. Aber meine absolute Lieblingsmischung mit dem Eino Strong ist auf jeden Fall 80% Doppelapfel, 20% K-Peak. Das habe ich hunderte Male jetzt schon weggeraucht. Also ich habe bestimmt schon ein Kilo von dem Eino Strong verraucht. Und ich finde den immer noch brutal geil. Und wir rauchen gleich nochmal genau die Mischung im Meerloch. Aber auch im Funnel läuft das Ding butterweich. So wie es sein soll. Don App und K-Peak, die machen wir uns jetzt an. Und eben haben wir ja den Eino Strong im Funnel geraucht, was auch wundervoll funktioniert hat. Und jetzt machen wir noch den nächsten Test im Meerloch. Das ist der Doppelapfel. Don App. Vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. Und dann nur so einen Hauch von dem K-Peak noch mit dazu. Das ist es. Er ist ein kleines bisschen klebrig, der Tabak. Aber wenn man den gut umrührt und dann gut verteilt, geht das auf jeden Fall klar. Also es ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie krass nervig wäre oder so. Oder ich dann in meinem Kopf krasse Klümpchen hatte. Ihr seht, manchmal sind hier so Klumpen. Da gehe ich dann einfach so kurz mit der Gabel ran. Und dann lasse ich das einfach locker fluffig rüberfallen. Und dann passt das. So, jetzt aber. Köpfchen ist fertig gebaut. Logger fluffig. Knapp und dann Rand. Ordnung oben drauf. Und Abfahrt. Ey, ich freue mich auf diesen Doppelapfel. Geil. Was soll ich sagen? Das Köpfchen ist schon durch. Wir haben eben im Stream noch ein Game gezockt. War Chaos pur. Aber der Doppelapfel ist grandios. Geschmacklich ist der super gut. Geschmacklich überhaupt zu den ganzen Sorten. Also ich sage mal so. Ihr kennt ja schon den Black. Ihr kennt schon den Great Fruit. Ihr kennt schon den OH. Und die sind so, wie man es kennt. Mit einem ganz leicht veränderten Grundtabakgeschmack. Im Vergleich zu dem normalen Dark Blend. Der Doppelapfel geschmacklich ist fruchtig. Würzig. Vollmundig. Wie man das von einem Doppelapfel vermuten würde. Und wie man es von einem Doppelapfel will. Er ist so gefühlt eine Mischung aus allen Doppelapfeln, die ich bis jetzt geliebt habe. Aber er hat was vom Savou. Er hat was vom Revoschi. Er hat aber auch diese spritzig-fruchtige Note bei einem Doppelapfel. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Von einem Alfacher. Und irgendwie das. Es ist irgendwie gefühlt so ein Querschnitt aus den ganzen Doppelapfelsorten. Es ist aber einfach ein verdammt leckerer Doppelapfel. Und der Capek ist, wie gesagt, so eine Kaschmir-Pan-Mischung. Die noch so eine minimale Kühle dabei hat. Die aber jetzt gerade zum Beispiel bei mir. Wenn ich da mal 20% mit reinmixe, kommt die fast gar nicht durch. Muss ich aber auch nicht haben bei dem Tabak. Also in einem K-Peak, in einem Kaschmir-Peach muss ich keine Kühle mit dabei haben. 32,90 Euro ist schade. Ich hätte mir gewünscht, dass es für 29,90 Euro kommen kann. Das ist leider nicht ganz passiert. Aber ich bin trotzdem ultra froh, dass er endlich am Start ist. Bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, sobald ihr dann probiert habt. Tschüss. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, schreibt mir gerne mal in die Kommentare.